Wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Es ist das geringste und älteste Schweizer Kunstmuseum und geniesst weltweit einen hervorragenden Ruf. Die Rede ist vom Kunstmuseum Basel. Das zeigt momentan die Ausstellung The Incredible World of Photography. Und bei dieser mitgeholfen hat Eoin Wolliser Student. Der Raphael Andres auf dem Weg ins Kunstmuseum Basel. In den letzten Wochen hat er hier viel Zeit verbrungen. Entstanden ist unter anderem die Interaktivwandprojektion. Sie ist ein Teil seiner Bachelorarbeit. Das muss mit der Bachelorarbeit in das Kunstmuseum Basel arbeiten. Alles andere als Selbstverständlichkeit. Das ist eine grosse Ehre, die EINSTEAD z.T. teil wurde. Es war sehr spannend, an diesem Projekt zu arbeiten, mit all diesen Beteiligten. Das Zücken ist nur, dass das im Kunstmuseum ausgestellt wird, über mehrere Monate. Das Gerät, das jetzt in der Halle des Kunstmuseums steht, wirkt unscheinbar. Aber dahinter stecken eine Schuppe Arbeitsstunden. Kunst mit Informatik verbinden. Das war der besondere Reiz und auch die grossen Herausforderung des Projekts. Es hat schon so eine gewisse Zeit gebraucht. Es waren ein paar Sachen dabei, die ich z.B. noch nie gemacht habe. Wir haben auch die Darstellungsform, die Petersburger Hängung, wie die dargestellt wird. Das musste man ganz neu konzipieren. Das hat es in der Form noch nicht gegeben. Ausgestellt wird ja momentan die Fotosammlung von Ruth und Peter Herzog. Sie ist eine von der Gregsten baldweit. Über eine halbe Million Fotos sind Teil einer Sammlung. Aufgenommen im All-Zie-Drama von fast zwei Jahrhundert. Ich bin selber ein leidenschaftlicher Fotografen. Daher hat man am Morgen einen anderen Draht zu einem solchen Projekt. Eine Fotosammlung anzuschauen und zu betreuen, ob er die Zeit. Das war sehr spannend. Die Vielfalt dieser Werke zu sehen. Man hat sich selber überlegt, wie sich das aufgenommen wurde. Man ist sehr fasziniert. Der Incredible World of Photography. Eine Fotoausstellung mit Walliser Beteiligung, die man bis 4. Oktober im Kunstmuseum Basel anschauen kann. Ich bin damit aber auch im sexy Beam- der whiskашалет! Ich bin selber in der Erlö trampone Der electronically puerta